Was es alles so gibt im Leben? Ja, der Zufall, ne? Ja, was es alles so gibt im Leben? Ich hab mir das alles abgeschrieben. Alles abgeschrieben. Schauen Sie, beispielsweise, wenn ich irgendwann einmal wissen will, meine Frau, eine Freundin oder meine Finanzbeamte wissen will, wo ich heute war, schau ich nach, hab ich mit Ihnen tiefschürfende Gespräche... Was haben Sie gesagt? Ich hab nicht gesagt, ne? Moment, verzeihen Sie! Was? Ja? Täusche ich mich? Oder sind Sie der Herr Kuginger? Ja, bitte, mein Name ist Kuginger. Jawohl, sehr freut. Sie sind also Signore Kuginger. Kuginger, ja. Signore... Verstehen Sie! Wann Sie am 24. Februar Abend zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Pension Bellevue und Rapsandetaja? Warum? Warum? Fragen Sie, warum? Weil, wenn Sie am 24. Februar Abend zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Pension Bellevue und Rapsandetaja waren, dann waren Sie der Mann, mit dem mich meine Frau betrogen hat! Porca miseria, capito! Ja! Das ist schon gut! Das dürfte ein Italiener sein! Der ist sicher aus Italien! Ja, ja, das dürfte Italiener! Ja, ja, ja! Sprechen Sie Italienisch! Ich, der fehlt Italienisch! Wirklich? Was? Ein Beispiel! Ja, bitte! Zum Beispiel, ich weiß, Grazie Tante! Was heißt das Grazie Tante? Ich hab in Graz eine Tante! Na, tja! Kölflacher wie ein Onkel! Ein Onkel! Ja, gut, aber das ist ja nur kein... Kein! Ich bin ja... Ich hab ja einen italienischen Kurs besucht! Corsi Italiano! Jawohl! Ich hab mich besucht, weil ich weiß alles. Also, wir können Sie alles von Beispiel... Abendkurse? Weil, wenn Sie nämlich dort waren... Ja, ja, kleinen Moment! Bitte schön! Ich brauch nur nachschauen! Sie kühlen mir da nicht, was in die Dinge schieben! Ich sage nichts! Was fällt Ihnen ein? Bitte schön! Es ist ja eine Frechheit von Ihnen! Das ist eine podlose... Bitte, wozu haben wir unser Pod? Porca Misere! Weil ich meine... Gerade jetzt, wenn Sie nämlich dort waren, dann waren Sie der Mann, mit dem mich meine Lucia betrogen hat! Na, Moment! Sagen wir mal, halten Sie noch zurück! Also, wir werden es doch sofort haben, ja? Bitte! Also, lächerlich, so etwas! Ich brauch da nur nachschauen! Bitte! Also, bitte! Sagen Sie mir noch einmal das Datum! Datum! Am 24. Februarabend! Zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr! Intervention bei Levine rauft ein Detail! Bitte, bitte, bitte! Moment! 24, bitte! Wenn wir jetzt sofort haben! Na! 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 Was? Stimmt! Oah! Oah! Me mangio il... Bello! Mammaa! So! Nicola, Filippelli und Heinz Petters!